Wir haben eine Map. Zack, Map auf und da sehen wir auch wo wir sind. Holy shit, und was liegt da? Wenn meine Augen mich nicht täuschen, ist da sogar ein Muffin-Injektor. Oh, endlich mal ein bisschen Butter, was nützt. Ne, Essen brauchen wir jetzt noch nicht. Die Dose können wir jetzt mal langsam rausschmeißen. Wenn mich jetzt einer abkneidet, bin ich sauer. Da bin ich pissig. Aber sowas von. Komm nicht in die Quere. Da liegt eine AKM. Ne, eine AKS-74U. Nehmen wir auch mit. Wir haben eine Waffe, Leute. Eine ordentliche Waffe. Eine richtige Waffe. Eine Waffe, die bumm-bumm macht. Aber richtig bumm-bumm. Endlich mal was, mit dem ich was anfangen kann. Heilige Scheiße. Können wir den Scheiß hier wegschmeißen? Und ich bin endlich erfüllt von einem Traum, den ich immer hatte. Eine automatische Waffe. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Auf jeden Fall bringt man damit schneller einen Spieler um, wenn man ihn auf den Oberkopper schießt. Jetzt müsste ich halt nur noch mal schnell die anderen Plätze absuchen, wenn ich mich nicht täusche. Nein. Nein. Och, Mensch. Du musstest mich jetzt auch wieder treffen. Zack. Und habt doch schon die andere Schussart gehört. Das ist doch geil, oder? Erstmal verbinden. Wenn wir fertig sind, packen wir gleich die nächste Bandage ein. Du brauchst das gar nicht dran zu denken, mich anzugreifen hier. Träum weiter, du Hobbit. Kriegst du nicht. Brauche ich nur noch Munition. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie die aussah, die AK-Munition. Die war jetzt ja am Beutel, wenn ich mich nicht täusche. Also müssen wir jetzt jeden Beutel wieder mit absuchen. Da ist noch Starnack mit drin. Scheiße. Eine Bandage. Bainkillers. Alles, was ich nicht brauche. Wir finden schon noch was. Wir finden schon noch was. Und das, bevor wir abgeschossen werden. Und sobald ich dann ein bisschen unterwegs bin, greift mich jeder Scheißspieler an, wie ich meine Waffe. Ist doch klar. Also bitte. Was erwartet ihr? Wir dürfen kein Leben lassen, dass eine bessere Waffe hat als ich, so auf die Art und Weise. Gibt es nicht bei uns. So, und dann merke ich hier nochmal schnell die Bohnen fressen. Und das auch. Super. Was haben wir hier noch liegen? Nichts mehr, ne? Ja. Ich muss jetzt wieder ins vordere Zelt. Dort, dort aus. Ne? Vordere Zelt? Ins hintere meine ich wohl eher. Obwohl, ich war da schon drin. Scheiße. Ach, verpissen wir uns einfach. Wir werden garantiert noch irgendwo Magazine finden, denn die sind nicht gerade selten. Auf jeden Fall haben wir eine neue Waffe. Und das ist das, was wichtig ist. Wir haben eine neue Waffe. Etlich etwas, mit dem wir was Neues anfangen können. Das ist das, was wir hier sehen. Der hat mich gesehen? Wie zur Hölle hat der mich gesehen? Komm, beweg dich. Ich bin drin. Ich bin im Häuschen drin. E17, raus! Feuer frei! Feuer frei! 120. Auf welchem Platz stehe ich? E? 12? Bin ich aber ganz schön gerutscht, ne? Ah, da bin ich ziemlich gerutscht. So viele Zombies habe ich nicht in meinem Leben umgebracht, ey. Ah, da ist nichts drin. Ich hasse offene Felder. Hab ich das schon mal erwähnt? Wechseln erstmal die Waffe. Und ziehen unseres Weges weiter. Am besten weit weg von den Militärzelten. Weil diese jetzt ja bekanntlich eher gefährlich sind, als uns Nutzen bringen. Schwuppdiwupp. Machen wir uns vom Acker. Rucki zucki. Haben wir was Neues gefunden. Ich finde das geil. Also das ist echt episch. Richtig geil. Legendär. Und jetzt können wir uns wenigstens wieder auf den Weg machen. Wir haben insgesamt noch 59 Schuss mit dieser Waffe. Die zwar nicht so totbringend sind, wie die von der Winchester. Und ich kenne die Waffe, diese AKS. AKS 7-4-U. Und jetzt nicht persönlich. Ich kenne nur die AK-4-7. Die 7-4 kenne ich jetzt noch gar nicht. Dementsprechend kenne ich gar nicht die Waffen-Power. Oh, das ist auch mal was Schönes für mich. Endlich mal wieder etwas, was ich noch nicht kenne. Ich bin doch mal gespannt, was mich hier erwartet. Wie gesagt, da oben ist wieder das große Kloppen um die Supermärkte. Darum heißt das ja auch, glaube ich, South Coast Binoir. Weil sich hier halt hauptsächlich um die Bohnen im Supermarkt geklopft wird als alles andere. Du hast abgeknallt wegen so einem Mist etc. Und da habt keiner Bock drauf. Das machen nur die Noobs gerne mit. Oh, ist ja erstmal egal. Wir müssen uns erstmal wieder gegen diese ganzen Zombies hier retten. Best, wir gehen zum nächstschlimmsten Ort. Den hier drüben. Den Hochhäusern, ist klar. Warte, werden wir mal sehen, was uns da erwartet. Ich denke mal, ich werde dann mal eine Zeit lang nicht mehr aufnehmen. Denn ich habe ja dann wirklich sehr, sehr viel Material gesammelt. Ich glaube, da kann ich gerade nicht so lange. Es sei denn, er sieht mich wirklich nicht. Dann ist das ja ganz okay. Pass auf, ich gucke dich nicht an, du guckst mich nicht an. Was hältst du von der Idee? Findest du in Ordnung? Ich auch. Gott. Schön, dass wir uns abgesprochen haben. Ich muss... Oh, mach mir nicht so einen Schitz. Ich habe jetzt gedacht, du rennst gerade auf mich zu, ey. Und frisst mir das Bein ab oder so. Hast du mich jetzt gesehen? War ich wieder zu laut? Tut mir leid. Ich gehe wieder weg. Oh, du Kacke. Das da oben sind die Hochhäuser, die ich gemeint habe. Ich weiß auch wieder, warum die so kacke waren, weil hier so viele Bäume stehen. Ganze Scheiß, ihr offen. Nur nicht unter der Stadt, da stehen die ganzen Bäume. Ansonsten könntest du auch ganz, ganz einfach von da oben, von der Straße, die ich euch gezeigt habe, wo das Kackehaus in der anderen Supermarkt stehen soll, runter gucken und direkt auf die Leute Tropfschüsse verteilen mit dem Scharfschützengewehr. Ich denke mal, das wird heute wieder der Fall sein. Dann muss man dort aus kann man am besten schießen. Jetzt können wir auch wieder schnell robben, denke ich nochmal. So schnell sollten wir uns jetzt auch nicht mehr sehen. Wir sind ja eher auf dem Boden. Und ich hoffe das Beste. Ich habe nur Angst. Das ist alles. Aber wir haben jetzt gerade eine schöne neue Waffe gefunden. Die möchte ich nicht gerade wieder verlieren. Halt deinen Mund da hinten. Das ist nichts zu melden. Meistens gibt es hier eigentlich in diesem Käffchen die Spieler mit einem Silencer-Gewehr. Weil man halt mitten in der Stadt steht. Und dann mit so einem Silencer-Wäffchen lässt es sich halt besser Leute abknallen, ohne dass die Zombies kommen, ne? Das ist halt viel interessanter. Oh je. Und da sieht man auch das vierte Gebäude. Außenrum robben bringt es auch nicht. Und es ist irgendwie heute verdammt still hier in dem Käffchen. Also es ist schon etwas irritierend jetzt gerade. Außerdem bin ich ziemlich gespannt, wann ich jetzt hier auf einen Spieler treffe. Das wird garantiert passieren. Aber was soll's. Wir haben eine vollautomatisierte Waffe im Gepäck. Und mit der werden wir jetzt garantiert ein, zwei Spieler noch das fürchten lernen. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt ein kleiner Camper. Sieh dir mal den Camper an, wie der Camper campen kann. Auf der Mauer, auf der Mauer, sitzt ein kleiner Camper. Ach du Kacke, ach du Kacke. Ich hab ein bisschen Schiss. Denn das ist ja nicht mal richtig lustig. Nur dass ihr's wisst. Wo ist dieser Scheiß-Submarmarkt? Da ist er. Ja wunderbar. Also von hier aus wurde ich mal abgeschossen. Das Hochhaus, der saß da und ich kam da rein. Piu, weg war ich. Jetzt oder nie. Nur nach welchem Motto geh ich jetzt mal vor. Das soll jetzt Gorilla-Taktik einfach einstürmen. Danach wird gefragt. Jetzt hier so dazwischen. Scheißegal, mich nicht drehen, weil die Waffe im Weg ist. Schnell über die Straße gelampelt. Naja, ich weiß schon, dass ihr mich mitbekommen habt. Das ist mir schon recht klar gewesen. Und da liegen wieder Ferngläse, die wir absolut nicht brauchen. Leider. Und das Ding hier sieht sowieso wieder so ziemlich leer und gelootet aus. Und von daher gehen wir mal schnell nach hinten. Und ich hoffe mal, dass da hinten jetzt keiner ist. Der darauf wartet, uns abzuknallen. Da ist nochmal der Rucksack, den wir schon haben. Ein Gewehr, das wir nicht brauchen. Und ein ganzer Haufen Loot. Das liegt mir mit dabei. Keine Munition für mich. Mein Kopf, Magazin, Flashlight. Alles mögliche, nur nicht das, was ich brauche. Ah, was zu essen. Das nehme ich mal mit. Kann ja niemals falsch sein, was zu essen mitzunehmen, oder? Was sagt ihr dazu? Hier gibt es noch eine Feldflasche. Munition, und hast du nicht gesehen. So, was haben wir denn da? Wir haben eine Karoff, Wasser. Oh, Wasserflasche nehmen wir mit. Die ist gefüllt. Die können wir dann auch später mal wieder wegschmeißen. Wenn wir sie nicht mehr brauchen. Genau, nach dieser Taktik geht man dann vor. Man geht hintenrum wieder raus. Von dort aus wird man meistens abgeknallt von diesem Produkt aus. Wiss schon, was ich meine. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Komm, gib mir noch die Dose. Hihi. Der Typ, der hier reinkommt und sich erhofft, der findet was Essbares und sich voll verarscht fühlen. Und jetzt gehen wir da hinten rein. Schnauze, Pfeil, hab ich. Ich will nicht mehr. Wenn das Gebäude mal nicht richtig leer gelootet ist, dann weiß ich auch nicht. Machen wir wieder ruhigen. Vielleicht sehen sie mich ja nicht. Die Mistviecher. Da ist nix. Da ist auch nix. Ach, Jungs. Lasst den Rosen auch was zum Spielen übrig. Ich guck grad in das andere Gebäude mit rein. Vielleicht seh ich ja was. Ach, scheiße. Gibt hier was dabei, was ich gebrauchen kann? Nein. Warum auch? Müssten wir langsam dann auch wieder ein bisschen sparsamer mit der Munition umgehen, weil ich ja nicht allzu viel davon habe. Obwohl man die eigentlich recht gut findet. Angespanntes Vorgehen. Das könnt ihr sicherlich alle verstehen. Und wir müssen dann noch in die obere Stadt, weil da gibt es ein Krankenhaus. Und nur in einem Krankenhaus findet man das, was ich brauche. Ich habe absolut keine Ahnung, wo du herkommst. Aber es passt mir absolut nicht, dass du hier herkommst. Wir haben wieder genug Glock-Magazine. Nein, ich werde jetzt noch nicht die Waffe wechseln. Nein, ich wollte jetzt noch nicht die Waffe wechseln. So. Je Prost!